Naja, weiter, ne? Du läufst doch unrund! Abklatschen, Naja! Nein, nein! Abklatschen! Der trägt nichts. Der macht das mindestens genauso gut, ne? Wir fitten noch gar nicht. Dortmund ist all about Borussia Dortmund. Ich denke, wir sehen uns als Challenger der größten Klubs in der Welt. Aber wir haben vielleicht kein Ölgeld oder was im Hintergrund. Unsere Claim, und das ist wirklich wahr, ist, dass wir keine Stahl kaufen. Wir entwickeln sie. Ich habe gehört, dass ihr eine großartige Jugendakademie habt. Ich habe gehört, dass ihr eine großartige Jugendakademie habt. Goretzka ist einer der größten Beispiele unserer Spieler. Er hat angefangen in der Unter-8. Und von der Unter-8 bis zum Professionellteam. Wir versuchen immer die Jugendlichen die Chance zu spielen für die Professionellteam. Es ist auch eine gute Sache für uns, dass wir mit Menschen trainieren, die vielleicht ein Tag professionell sein können. Wir hatten einen Spieler in den Ball. Nicht jetzt, aber wir hatten Lee Cheung-Yong. Lee Cheung-Yong. Was ist das? Cheung-Yong Lee. Lee, natürlich. Lee Cheung-Yong Lee. Die Leute haben immer gesagt, Lee. Wir hatten die Ball. Lee. Jetzt ist erster zurück. Okay. Okay, okay. Die Familie zu kommen. Wir hatten sie hier. Ja, wir hatten sie hier. Wir hatten sie hier. Wir hatten sie hier. Das ist Lukas. Super! free! Das ist Lukas, super! Nein, nein. Was ist passiert? Nein! Ganz stark nach jetzt! Nihil macht alles richtig und er guckt sogar und dann klappt das nicht. Nihil hatte jetzt schon zwei richtig gute Aktionen, einmal gegen Frankfurt und einmal hier. Ja, mach neu, mach neu, genau! Super, Jungs! Super, Masse, das Nihil! Klasse! Jungs! Dgebakar Gotts, Lukas. Gut, Lukas. Wer score? wichtiger Punkt. Lukasn, Nummer 6. Lukas L clicks. Das ist der Team, oder? Spiel auf und tiefer und zockt erst mal, zockt erst mal. Ball! Ja, ja! Ey, ey Luca! Ba jetzt sein, hey! Treibend und drei. Die erste Mal spielen. In Deutschland. Du bist nervös? Ja. Wirklich? Du bist nervös? Ja, ich hab's gesehen schon. Ja, ja. Ja, Luka! Luka, Luka! Geyo, Geyo! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Luka, gut, Geyo! Jetzt geht es tief, jetzt geht es tief! Schade, gut gemacht! Ja, ja, wechsel! Lukas! Klasse, Jadon! Klasse, Jadon! Flieck! Jadon, festhalten! Ja, Benni! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Gute Nagel, klasse! Abflatschen, nein, 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 abflatschen! Riesig, ja. Alle abflatschen, okay? Und dann hörst du mir jetzt mal zu? Ich glaube, das war bisher das beste Spiel, was wir hier gesehen haben. Es war richtig gut. Oder, findest nicht? Ja. Ich mag er nicht hören. Aber was sagt ihr, war gut? Ja. 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 Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut. Päckigungen. Päckigungen. Wie heißt die YouTube-Dokumentation? World Class FC heißt sie sehen, aber das muss man so nicht. Oder gib mal Shoot for Love ein. Geht da raus! Irgendwas, der steht völlig falsch da. Der muss vorne, zentral rein. Jin Sai ist Nummer 2. Jin Sai. Kyohan. Kyohan, Kyohan. 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 Du musst dem Zweier sagen, da muss jetzt echt mal mehr Geschwindigkeit kommen, der lässt sich zu weit zurückfallen, der steht fast bei unserem Mittleren hinten, wenn wir im Spielaufbau sind, er muss deutlich da vorne. Der Trainer unterstützt nicht zu viel, aber manchmal ist es ein guter Gefühl für den Spieler, zu sehen, dass mein Trainer unterstützt, was ich mache. Sehr gut, Matisse! Sehr gut! Ja, die Entscheidung war okay! Ganz, ganz ruhig! Sehr gut! Ja, sehr gut! Nach vorne weg! Oh, redet doch! Ja gut, können sie nicht! Let's go in Germany! Los geht's! 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 Das war wir auf die Kroß. Aber sie haben sich in den Beinen. Aber sie hat mich nicht aufgerufen. Das ist es gut. Ich bin ein bisschen schraubt. Es war so gut. Es war gut, girls. Gut, 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 gut. Nice, nice to meet you. Was könnte die wichtigsten Dinge, die du empfassiert? Ja, die wichtigste Sache ist Spaß. Obviamente, sie sollten Spaß machen, was sie tun. Taktische oder technische Dinge. Wir lieben eine-versich-one-situationen, damit sie lernen, zu dribbeln. Weil die Ball ist ihre beste Freundin, natürlich. Ja, das ist das, was wir versuchen, zu tun. Aber die wichtigste Sache ist, dass die Kinder mit Spaß kommen, dass sie Spaß haben, wenn sie spielen. Und das ist unsere Aufgabe. Eine Sache, die ich bemerke, von deutschen Kinder, ist, dass sie ihre Emotionen sehr spüren. Natürlich, ja. Wenn der Coach sagt, oh, du bist so? Die Kinder würden sagen, oh. Ja, ja, ja. Aber in Korea, wenn der Coach sobt... Okay, das ist interessant, das ist interessant. Wir sagen, wir können nichts sagen. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Spieler ihre Emotionen können, weil Fußball ist die Emotionen. Sie spielen mit Herz und haben die Freude zu spielen. Und es ist immer wichtig, dass ich mit den Spielern eine Beziehung mit den Spielern, die sie mit den Spielern expressieren können, ohne die Angst zu haben, dass ich sie etwas geben kann. Oder sie sind schuldig. Für mich ist es sehr wichtig, dass sie ihre Emotionen expressieren. Auch wenn sie sind schade, ist es unser Job, dass sie wieder glücklich machen. Und wenn sie glücklich sind, ist es unser Job, dass sie weiterhin glücklich sein werden. Feedback oder Comments über Ihre Impressions von den deutschen Kindern? Okay, ja, 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 natürlich. Ich habe gehört, dass sie hier gehen. Und Matthias, der Coach, fragte mich, ob es okay ist. Und ich sagte, natürlich auch, weil wir gerne sehen, wie Spieler von anderen Kulturen spielen. Wir lernen immer etwas über uns selbst. Und ich fühle mich, dass die koreanische Spieler hier technisch auf einem sehr hohen Level sind. Sie haben sehr viel Gewinn auf dem Ball. Und das ist auch eine der größten Dinge, die wir versuchen, zu lernen. Es ist immer schön, wie Menschen von anderen Kulturen und anderen Kulturen spielen. Denn es ist immer etwas anders. Vielen Dank für die gute Interviews. Es war unglaublich. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Was sagst du, was sagst du? Was sagst du? Wow. Das war gut. Okay. Das war gut. Wir sind bereit. 1, 2, 3. Kuchen oder? Nein! Ja! 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 Wo du ist? Ja, du ist! Ja! 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 Ich bin ehrlich gesagt, von den unter 11ern, 1 aus 12 werden vielleicht auf einem professionellen level sein. Unsere Aufgabe ist nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu entwickeln, sondern zu entwickeln sie als eine Person. Für mich ist es manchmal für die Spieler vorbei und die große Sache, die ich sagen kann, ist, wir hatten eine gute Zeit zusammen. Wir hatten eine gute Zeit. Wir haben Borussia Dortmund gespielt, gegen Manchester City, Juventus Turin und das ist eine Erinnerung. Niemand kann dich immer wieder stehlen. Ich fühle mich nicht, dass die Kinder so viel Druck haben, wenn sie hier spielen, weil sie voll in der Moment sind. Sie lieben einfach mit den Leuten zu trainieren, mit den Leuten zu spielen. Wir sind auf der Weg. Wir sind noch nicht fertig. Ich werde noch nicht fertig. Kaffee, ich werde noch nicht fertig. Stab zu essen. Ist das eine große Sache? Bin ich? Nein, nein, nein! Oh, tje? Ja, tje. Ich bin ja doch. Ich bin ja doch nicht. Ich bin doch nicht so gut. Ich bin doch nicht so gut. Ich bin doch nicht so gut. Wo ist es?